Willkommen zurück hier am Samstag. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie steigerst du deinen Wert als Mann? Und bevor ich dir sage, wie du das machst, wollen wir erstmal darüber sprechen, warum solltest du deinen Wert als Mann überhaupt steigern? Weil ich kann dir hier alles erzählen und einfach dadurch sehen, wenn du verstehst, warum das so wichtig ist. Der erste Punkt ist, dass deine Beziehungen sich dadurch verbessern werden. Also zu Frauen sowie zu Männern. Du wirst interessanter für andere Menschen. Und man könnte sagen, du hast dann mehr Erfolg bei Frauen, aber darauf komme ich gleich nochmal genauer. Die zweite Sache ist, dass du dich in deinem eigenen Leben generell wohler fühlen wirst, weil du dein eigenes Leben anpackst und im Griff hast. Denn du musst dein eigenes Leben anpacken und im Griff haben, um diese Dinge zu erreichen, diese Wertsachen zu erreichen, von denen ich jetzt gleich dir erzählen werde. Also einfach, du fühlst dich besser, du hast bessere Beziehungen zu Menschen und mit mehr Wert steigen meist auch deine Verdienstmöglichkeiten oder Möglichkeiten im Allgemeinen. Das heißt, du wirst dann wahrscheinlich auch mehr verdienen. Geld ist ja immer nur eine Widerspiegelung von, wie viel Wert können wir liefern. Wenn du ganz großartige Probleme von vielen Menschen lösen kannst, dann hat das einen großen Wert. Du kannst viel Wert liefern und wirst dann dementsprechend auch bezahlt. Wenn du halt keine Probleme lösen kannst von Leuten, dann ist das ja nicht so viel wert, beziehungsweise wenn jeder andere das auch kann. Wenn du dein Deal an der Kasse sitzt, das kann so gut wie jeder andere Mensch auch machen. Das heißt, es ist keine besonders wertvolle Fähigkeit, die mit viel Geld belohnt wird. Aber das sind allgemein mehr Möglichkeiten, eben nicht nur im finanziellen Bereich. Man könnte sagen, mehr Wert plus Fragezeichen gleich Profit. Und hier mal einen Shoutout an die Leute, die South Park gucken und diesen Insider verstanden haben. Aber nein, natürlich geht es hier darum, dass mehr Wert gleich mehr Erfolg bei Frauen heißt. Und darauf möchten wir uns auch hier konzentrieren, weil wir sind ja ein Flirt- und Frauenerfolgs-Channel. So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Formen von Wert, wie gesagt, in Bezug auf das Thema Frauen und wie man sie aufbaut. Und da gibt es zwei verschiedene Formen von Wert. Und der erste Wert ist der extrinsische Wert. Das ist der Wert, der von außen kommt. Extrinsisch von außen. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man denn extrinsischen Wert? Oder was sind Faktoren von extrinsischem Wert und wie bekommt man die? Die will ich dir jetzt vorstellen. Zum einen ist das der soziale Status. Ich habe das hier schon mit dem Bild so ein bisschen angedeutet. Das kann unter anderem bedeuten, dein Job. Zum einen ist das der soziale Status. Und der soziale Status ist deswegen ein Wertgewinn. Weil wenn man sich mit dir assoziiert, dann sorgt das dafür, dass man selbst als sozial höher wahrgenommen wird. Du kennst das Phänomen sicher, wenn Leute zum Beispiel davon erzählen, wen sie so kennen. Ich kenne den und den. Oder mein Kumpel kennt den und den. Das sind so klassische Assoziationssachen. So im Sinne von, schau mal, ich kenne jemanden mit hohem Wert. Und weil wir diese Leute kennen, werden wir dann automatisch auch wertvoller eingestuft. Assoziieren, sich mit jemandem in Verbindung setzen, würde das bedeuten. Das heißt, wenn du dich mit jemandem assoziierst, der einen hohen sozialen Status hat, zum Beispiel durch den Job. Ich habe hier das Beispiel Arzt mal als Job hingelegt. Also wenn du sagst, hey, ich habe ganz viele Freunde, die Ärzte sind. Oder ich habe ganz viele Freunde, die richtig viel Geld verdienen. Oder ich habe einen Freund, der ist in der Politik oder erfolgreicher Sänger. Und der macht große Konzerte. Ich kenne hier den und den. Und du kannst große Namen aufrufen oder großen sozialen Status aufrufen. Dann bist du eben auch automatisch, wirst automatisch mit diesen Leuten so ein bisschen einkategorisiert. Weil das sind ja deine Freunde, die kennst du ja. Und das ist ja die gleiche Idee bei der Frau. Wenn sie dann mit dir zusammen ist, wenn du ihr Freund bist, ihr Ehemann, dann profitiert sie eben auch von deinem sozialen Status, indem sie selbst als höher wahrgenommen wird. Und wenn man einen höheren sozialen Status hat, dann ist das meistens so, dass man dann mehr Vorteile in der Gesellschaft hat. Und das ist halt der Wertgewinn, der sich aus sozialem Status ergibt. Also Wertgewinn durch Assoziation. Die Frau hat dann ja nicht selbst mehr Status, aber sie hat halt durch dich mehr Status. Wie bekommt man jetzt einen sozialen Status? Eine Sache habe ich bereits angerissen. Das ist Jobmaxing. Das heißt, ein Job lernen, der Prestige hat. Wie zum Beispiel Arzt, Feuerwehrmann, Polizist, Anwalt etc. Dann gibt es noch andere Jobs. Und was das mit dem Prestige angeht, das ändert sich auch immer wieder. Dann hat man auch die Möglichkeit, beliebter zu werden. Das heißt, eine große und angesehene Gruppe von Freunden und Bekannten zu haben oder halt speziell Leute zu kennen, die, keine Ahnung, große Namen sind. Also wenn du jetzt viele Prominente kennst oder irgendwelche besonderen Leute, Wissenschaftler, Politiker oder wen auch immer du in deinem Freundeskreis hast, dann ist das eben auch sozialer Status für dich. Aber allgemein, wenn du viele Leute kennst, du hast einen großen Freundeskreis mit coolen Leuten drin, dann hast du natürlich einen hohen sozialen Status. Das ist wie der Junge in der Schule, der alle Leute kannte, der coole Junge, der kannte halt alle und das hat eben halt hohen sozialen Status gegeben. Die dritte Sache neben beliebter werden und Jobmaxing ist natürlich sowas wie Auto und Wohnung. Das ist natürlich auch ein Statussymbol, wenn du jetzt eine krass fette Wohnung hast, dann gehen die Leute davon aus, dass du einen hohen Status hast. Wenn du jetzt mit einem Lambo rumfährst oder so, dann ist das halt ein Statussymbol und Leute assoziieren damit eben Dinge. Und wenn die Leute sich dann mit dir assoziieren, dann ist das wieder was Tolles. Dann können die sagen, hey, ich kenne da jemanden, der fährt einen Lamborghini, der ist voll erfolgreich. Und dann kenne ich noch jemanden, der fährt einen Porsche. Und dann denken sich die Leute halt, wow, du kennst ja krasse Leute. Also das ist halt, also sozialer Status hat deswegen Wert durch Assoziation. Wenn ich mich mit dir assoziiere, dann stehe ich auch besser da. Und das ist für die Frau ein Wert. Das heißt, wenn du einen sozialen Status hast, dann ist es ein Wert für die Frau, der dich attraktiver macht. Also darüber reden wir hier, der Wert macht dich attraktiver. Die zweite Sache ist natürlich Geld. Deswegen habe ich es jetzt eben da nicht mit reingeschrieben, weil es auch ein Einzelpunkt ist. Geld allgemein gut verdienen und sicher verdienen. Also sicher Geld verdienen. Der Wertgewinn ist, dass Geld natürlich auch erstmal ein Statussymbol ist. Also auch wieder Wert durch Assoziierung. Aber Geld hat auch eine Sicherheit in dieser Welt. In Bezug auf zum Beispiel Kinder kriegen, entspannteres Leben führen oder Dinge erleben. Das heißt, mit mehr Geld hat man normalerweise mehr Sicherheit und muss sich zum Beispiel nicht vielen negativen Emotionen aussetzen, sondern wird wahrscheinlich auf der Seite der positiven Emotionen im Leben unterwegs sein können. Man spart sich halt viele Dinge, viele Probleme. Und deswegen ist Geld zu haben natürlich ein Wert, den du mitbringst, der anziehend auf eine Frau wirken kann. Ich habe jetzt hier nicht geschrieben, wie groß die Anteile dann jeweils sind. Das hängt natürlich ganz stark von auch der Frau ab. Es gibt ja auch Frauen, die sind wirklich nur darauf aus, dein Geld zu bekommen. Dann ist natürlich Geld ein enormer Wert. Bei den meisten Frauen ist Geld nicht der Riesenwert bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall. Wenn du halt, ich glaube, ganz ordentlich verdienst, dann darüber hinaus ist es dann nicht mehr so wichtig. Aber wenn du zum Beispiel gar kein Geld hast, sondern Hartz-IV-Empfänger bist und auch irgendwie keine Arbeit hast, dann ist es halt sehr unattraktiv. Nicht nur, weil du kein Geld hast, sondern auch eben, weil du dich nicht um dein Leben kümmerst. Das heißt, egal was ich dir sage, lass dich jetzt nicht verunsichern im Sinne von, wenn du kein Geld verdienst, dann kannst du nicht mit Frauen funktionieren. Das ist natürlich Quatsch. Das ist einfach nur ein Faktor, der natürlich positiv damit reinspielt. Wie man Geld bekommt, habe ich jetzt mal nicht aufgeführt, weil ich denke, das kannst du dir selbst zusammenreimen. Die dritte Sache, Extringes, also von außen ist Aussehen, sowas wie Muskeln, Gepflegtheit und Kleidung. Und der Wertgewinn dort drin besteht halt in gutes Aussehen, gute Kleidung, lässt Leute attraktiver und erfolgreicher wirken. Und dann greift wieder dieses Assoziationsgesetz, das ich eben schon mal erwähnt habe und ich habe es hier nochmal anders verständlicher definiert. Das heißt, die Frau fühlt sich gut, weil sie dich hat. Wie, als hättest du ein teures Auto, als würdest du sagen, also das ist jetzt ein krasser Vergleich, aber als würdest du sagen, das ist mein Auto. Da steht der Lamborghini und du sagst, das ist mein Auto. Dadurch, dass du sagst, das ist mein Auto, wird dieser Wert des Lamborghinis mit dir assoziiert, also mit dir in Verbindung gebracht. Und wenn jetzt die Frau sagt, das ist mein Mann, das ist mein Freund, das ist mein Liebhaber zum Beispiel, dann wird dieser Wert, den du hast, durch zum Beispiel Aussehen, Gepflegtheit, Kleidung mit der Frau assoziiert. Und das ist halt auch so eine Sache, wenn jemand jetzt gut aussieht, gut gekleidet ist, dann gehen wir auch davon aus, dass er erfolgreicher im Leben ist. Das muss tatsächlich so sein, weil auch jeder H2-Empfänger könnte sich einen Anzug kaufen, wenn er wollte. Aber das ist halt Assoziation. Und deswegen macht es Sinn, sich um solche Sachen wie Aussehen einfach ein bisschen gewisses durchtrainiert sein, Gepflegtheit und Kleidung einfach zu kümmern, das Beste aus sich selbst rauszuholen, auf jeden Fall. Man hätte es auch Lux-Maxing sowie Job-Maxing, also das Beste aus dem Aussehen herauszuholen. Das sind die extrinsischen Sachen. Und jetzt kommen wir mal zu den intrinsischen Werten, also Werte, die von innen kommen, die mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun haben. Und meiner Meinung nach sind die intrinsischen Werte, die, na wobei, also beides ist sehr wichtig, extrinsisch und intrinsisch, aber auch wegen verschiedenen Dingen. Also beides ist sehr wichtig, intrinsisch und extrinsische Werte. Ich glaube, intrinsisch ist ein bisschen wichtiger. Das kann aber, wie gesagt, von Frau zu Frau sich unterscheiden. Intrinsische Werte sind zum Beispiel so etwas wie Humor, Positivität und Spaß. Das ist wirklich ein riesengroßer intrinsischer Wert. Und der Wertgewinn ist halt dieses Prinzip des State-Transference. Das bedeutet, wenn du dich jetzt gut fühlst, dann fühlen sich auch andere Personen in deiner Umgebung gut. Das ist dir sicherlich nicht neu. Wenn du jetzt mit Freunden unterwegs bist und die sind gut drauf und du bist eine Weile mit denen unterwegs und du warst vorher vielleicht nicht so gut drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch auf einmal gut drauf bist und sich deine Laune bessert, sehr groß. Das ist State-Transference. Jemand fühlt sich gut, du hältst dich in seiner Umgebung auf und du fühlst dich auch gut. Und genau so läuft es natürlich umgekehrt. Deswegen fühlen sich Menschen auch überhaupt nicht angezogen von negativen Leuten, weil wenn du dich in der Umgebung von negativen Leuten aufhältst, dann tendierst du auch selbst dazu, negativer zu werden. Und wir wollen halt eher positive Emotionen bekommen und negative Emotionen vermeiden. Die andere Sache ist, dass wenn du Spaß hast, dann gibst du damit den Leuten in deiner Umgebung auch die Erlaubnis, Spaß zu haben. Das ist ein riesiger Punkt, weil viele Leute sind heute sehr verklemmt und kommen nicht mehr richtig aus sich raus. Und wenn dann jemand kommt oder sie jemanden kennen, der einfach Spaß hat und sich nicht drum kümmert, dann haben sie auch so ein bisschen die Erlaubnis, auch mit Spaß zu haben. Das kennst du vielleicht, vielleicht hast du solche Freunde, ich kenne da jemanden, mit dem ist man unterwegs und der hat halt immer so viel Fun und macht immer die verrücktesten Sachen. Und weil er das halt macht, hat man das Gefühl, man kann das auch machen. Dann lässt man so sich gehen und dann hat man wirklich eine Menge Spaß. Und das ist natürlich ein enormer Wert, den man da mitbringt. Also Wert ist dann die positive Emotion, die du mitbringst und die wollen wir halt alle. Also positive Emotion ist eine der größten Motivationen in unserem Leben. Das kannst du dir zum Beispiel am Beispiel Fastfood oder Sex mal deutlich machen. Warum isst du Fastfood? Warum hast du Sex? Warum machst du eigentlich irgendwas, was du in diesem Leben machst? Und die Antwort, wenn du es mal runterbrichst, ist positive Emotionen. Na, du kümmerst dich darum, dass du einen guten Job hast, weil du dich dann gut fühlst. Ja, du hast Status, dann fühle ich mich gut. Ja, Status ist ja auch nichts anderes als positive Emotionen. Das hängt ja alles damit zusammen. Ja, also der Kern ist immer positive Emotionen. Und deswegen, wenn du Humor, Positivität, Spaß mitbringen kannst, ist es ein abgefuckt enormer Wert, der auf jeden Fall, und da gebe ich dir die Hand drauf, die drei extrinsischen Werte, Status, Geld, Aussehen und so weiter, ausgleichen kann. Das kann das ausgleichen, hundertprozentig. Na, ich will jetzt nicht sagen, dass nur weil du Humor mitbringst, Positivität mitbringst und Spaß mitbringst und dann ein Hartz-IV-Empfänger bist, der sich nicht um sein Leben kümmert, also wenn es wirklich dann so extrem ist, dann ist es natürlich scheiße. Weil dann ist natürlich die Frau immer noch so, ja, es ist cool, es ist echt geil, mit dem Zeit zu verbringen, aber der macht halt nichts im Leben. Ne, aber sobald du halt irgendwas machst, sobald du halt irgendwas machst im Leben, ja, und die meisten Leute machen ja was im Leben. Also die wenigsten, die jetzt hier zuschauen, werden Hartz-IV-Empfänger sein. Und selbst wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, ist es ja nicht schlimm. Hauptsache du bist jetzt halt kurzzeitig und kümmerst dich danach wieder um dein Leben. Ich rede jetzt hier wirklich von Leuten, die überhaupt gar nichts in dem Leben machen. Da hilft dann Humor, Positivität und Spaß dir auch nur bis zum gewissen Punkt weiter. Das ist natürlich ganz klar. Aber das sollte klar sein und ich denke, da kann es auch jeder, ist damit auch in Ordnung. Wie bekommt man das jetzt? Wie wird man humorvoller, positiver und so weiter? Das ist natürlich ein bisschen komplexer als Geld zu verdienen. Der Weg, Geld zu verdienen, ist ein bisschen einfacher, sage ich mal, oder leichter nachzuvollziehen, wenn du dich jetzt beim Liedle in die Kasse setzt, verdienst du Geld, so einfach ist das. Das hier ist ein bisschen komplexer. Was man machen kann, ist zum Beispiel, man kann sich Comedy anschauen und davon lernen, also lernen, wie Witz funktioniert, Thema humorvoll sein, Comedy. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn man so merkt, sagt, ich habe so gar keinen Bezug zu Comedy, zu Witz, dann kann man sich das mal anschauen und ein Gefühl dafür kriegen. Sich in der Umgebung von solchen Menschen aufhalten, das ist natürlich auch wichtig, das färbt natürlich ab. Und da siehst du es wieder, diese Menschen haben halt Wert, denn wenn man sich in der Umgebung von denen aufhält, dann färbt das halt ab und das ist natürlich ein Wert. Also wenn du viele humorvolle, positive Menschen in deiner Umgebung hast oder dafür sorgst, dass hauptsächlich solche Menschen in deiner Umgebung sind, deine Freunde kannst du dir ja selbst aussuchen, dann wird das auf dich abfärben und dann kannst du eben auch diese Fähigkeiten bekommen. Die andere Sache ist Framing, das heißt, Dinge in ein neues Licht rücken. Das könnte so etwas sein, wie Glaubenssätze verändern. Also wenn zum Beispiel dein Glaubenssatz ist, das Leben ist hart und schwer und man muss immer ernst sein und fokussiert sein, um durchzukommen und um nicht irgendwie vor die Hunde zu geraten, als Beispiel, dann wirst du natürlich nicht besonders humorvoll und positiv sein. Oder wenn da ein Glaubenssatz ist, der sich über die Zeit entwickelt hat, im Leben passieren mir nur schlimme Dinge und ich habe immer nur Pech, dann bist du natürlich nicht positiv und dieser Glaubenssatz verhindert das. Das heißt, es gibt da halt tiefer liegende Glaubenssätze, die man durch Sachen wie Framing verändern kann. Das sind aber Sachen, darum kumme ich mich im Coaching mit Leuten zum Beispiel. Übungen zum positiven Fokus, das ist auch eine Sache, die ich viel in Coachings mache. Es gibt halt Übungen, die dir dabei helfen, dass man seinen eigenen Fokus auf positive Dinge legt, auf Dauer statt auf negative. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du halt dein Leben lang negativ fokussiert bist, dann hast du dich daran gewöhnt, negativ fokussiert zu sein. So wie Zähneputzen. Das fällt dir irgendwann ja einfach. Das machst du irgendwann ohne nachzudenken, also ohne aktive Entscheidung. Und genauso ist es beim negativen Denken. Wenn du dein Leben lang negativ denkst, dann ist das halt wie Zähneputzen für dich. Und es geht halt darum, mit gewissen Übungen zum positiven Fokus, das Ganze in die Gegenrichtung zu entwickeln. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Eine weitere Sache ist, allgemein an seinem Leben arbeiten und dafür sorgen, dass man das gerne lebt, also sein Leben. Das ist ganz offensichtlich. Wenn ich ein Leben habe, das ich gerne lebe, dann beziehe ich viele positive Emotionen aus meinem Leben. Ja, ich sage, ich mag meinen Job, ich mag meinen Freundeskreis, ich bin mit meinem Frauenleben sehr zufrieden. Dann beziehe ich daraus natürlich viele positive Emotionen. Und ja, positiv sein, Humor vor sein ist dann natürlich ziemlich einfach. Die andere Sache oder letzte Sache hier an diesem Punkt ist, sich regelmäßig Herausforderungen stellen. Denn Herausforderungen werden dich so ein bisschen, ich sage mal, auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Die meisten Leute, die sich vielen Herausforderungen stellen, werden sehr humble. Das ist die englische Bedeutung. Das deutsche Wort dafür ist bescheiden. Also du merkst halt, okay, ist krass so. Ich bin sehr dankbar für all die Dinge, die ich in meinem Leben habe. Das sorgt dafür, dass du positiv wirst. Und wenn du dich vielen Herausforderungen stellst, dann fällt es dir meistens auch Dinge, leichter Dinge mit Humor zu nehmen. Und alle Menschen, die sich regelmäßig Herausforderungen stellen, haben, zumindest die, die ich kenne, haben immer sehr was Positives, was Humorvolles an sich. Und deswegen ist es ein super Weg, diese Eigenschaften zu entwickeln. Und die zweite Sache, und ich habe da viele Sachen drunter zusammengefasst. Also ich habe hier bei den intrinsischen Sachen zwei Sachen, nämlich erstmal das mit Positivität, Humor und jetzt hier Führung und Verantwortung. Da fallen ganz, ganz viele Sachen drunter. Führung und Verantwortung. Ja, wo ist hier der Wertgewinn? Das Leben und Dinge im Leben sind von Natur aus unsicher, verwirrend und ungeordnet. Und ein Führer übernimmt für uns Verantwortung, gibt uns Sicherheit und Sicherheit sind positive Gefühle. Ja, ich gebe jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel. Hitler zum Beispiel. Ja, der hat dann, also das Ganze war ein bisschen unsicher damals in der Zeit. Versailles-Vertrag und der ganze Kram. Wirtschaftskrise und die Leute waren halt scheiße, unsicher, ich fühle mich ungut. Negative Emotionen. So, und dann kommt jemand, der Führer, witzigerweise hieß er halt auch so, und sagt, schau mal, ich zeige euch den Weg. Ich mache das, ich mache Deutschland great again. So, und die Leute sind dann halt so, geil, super, dann können wir unsere Verantwortung abgeben an diese Person und können uns dann wieder gut fühlen, weil wir müssen uns nicht mit den Unsicherheiten auseinandersetzen. Also das ist der Wert, den ein Führer oder Führung allgemein in Verantwortung mitbringt, nämlich positive Gefühle durch Sicherheit. Und Führung und Verantwortung übernehmen oder wie man da hinkommt, das ist etwas einfacher als der erste Punkt. Erstmal geht es darum, regelmäßig starke Entscheidungen zu treffen. Das habe ich in meinem Buch, die Zeus-Methode, angerissen. Übrigens, das an dieser Stelle, es gibt einen neuen Teil, also einen neuen Teil der Zeus-Reihe, nämlich die Zeus-Legenden. Ab 1. November ist es auf Amazon verfügbar, die Zeus-Legenden. Ich packe euch den Link mal, ersten Link in der Beschreibung, dass die Zeus-Legenden ist die besten Storys der Profi-Verführer. Da habe ich meine besten Verführungs- und Sex-Storys und die besten Verführungs- und Sex-Storys von Teilnehmern, von guten Freunden reingeschrieben. Es ist ein Buch voller lustiger, geiler Storys, das dich auf jeden Fall motivieren wird, deinen Erfolg mit Frauen auch in die Hand zu nehmen. Also regelmäßig starke Entscheidungen treffen bedeutet einfach, dass ich regelmäßig Entscheidungen treffe, die stehen. Also eine schwache Entscheidung wäre sowas wie, ja, ich mache das dann vielleicht morgen und ich schaue mal, ich kriege das schon irgendwie hin. Oder ja, ich mache das dann schon. Eine starke Entscheidung wäre, okay, das ist jetzt entschieden, das wird gemacht und es gibt kein Zurück mehr. Also bei einer starken Entscheidung, ja, wird die andere Möglichkeit wirklich komplett aufgegeben, ne. Das heißt auch so, also da gibt es dieses, ich glaube auch Landon hat das mal erzählt, Entscheidung, das heißt du entscheidest das Schwert. So hat man das damals wahrgenommen, du nimmst das Schwert aus der Scheide und in dem Moment, wo man das Schwert aus der Scheide nimmt, also wirklich das Schwert, wird gekämpft und zwar bis jemand tot ist, ja. Ja, du hast das Schwert entschieden aus der Scheide, aus der Schwertscheide rausgenommen und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das ist eine starke Entscheidung. Dann brauchst du halt sowas wie einen Glaubenssatz, der ungefähr so ist wie, ich bin für alles in meinem Leben verantwortlich und dann auch danach zu handeln nach diesem Glaubenssatz. Und das heißt halt sein Leben selbst in die Hand nehmen. Ja, Frauen sagen dann immer, das ist ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Also, wenn du diesen Glaubenssatz nicht hast, dass du für alles verantwortlich bist, dann wirst du halt dein Leben einfach passiv leben und keine Ahnung, wirst Plänen von anderen Leuten folgen und wirst halt vielleicht wahrscheinlich tun, was andere Leute dir sagen. Aber wenn du erkennst, dass du für Dinge in deinem Leben selbst verantwortlich bist, dass du dein Leben selbst in die Hand nehmen musst und das dein Glaubenssatz ist, dann wirst du natürlich schon einen Schritt näher am Führen und an Verantwortung übernehmen. Die andere Sache ist, sich von steuernden Einflüssen unabhängig zu machen, zum Beispiel von den Eltern. Also, ich treffe immer wieder Männer, die auch in einem älteren Alter, Mitte 20 und so noch zu Hause wohnen und ich kann halt nur sagen, sieh zu, dass du mal eigentlich dein eigenes Leben anfängst, ja, mach dich mal von diesen steuernden Einflüssen frei. Kein Wunder, dass Frauen dich nicht daran attraktiv finden, weil du halt überhaupt nicht unabhängig bist. Du bist damit abhängig und Frauen wollen halt keinen Sohn, um den sie sich kümmern müssen, sondern Frauen wollen halt einen Mann, an den sie sich anlehnen können, ja, wo der Mann auch Führen und Verantwortung übernehmen kann. Das kannst du halt nicht, wenn du noch bei deinen Eltern wohnst. So, tatsächlich Führen und Verantwortung übernehmen, indem man zum Beispiel im Job aufsteigt und dort führt, das hat natürlich auch wieder zur Folge, dass du mehr Geld verdienst. Genau, also du schaust einfach zu, dass du in deinem Leben Führen und Verantwortung übernehmen kannst. Das könnte ja auch sein, dass du freiwillig im Kirchenchor mithilfst oder was auch immer. Das ist ja egal, was es ist, aber das verstehst du, du kannst ja Führen und Verantwortung übernehmen in deinem Leben in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Bereichen. Ja, du sagst, hey, ich organisiere dieses Jahr den Urlaub meiner Freundesgruppe, dann übernimmst du ja auch Führung und organisierst Dinge. Das mache ich auch immer sehr viel, weil wenn ich merke, wenn ich mich nicht selbst drum kümmere, dann passieren halt Sachen, die ich mir, ja, dann passieren Sachen, die ich so nicht will. Deswegen kümmere ich mich einfach lieber selbst drum. Regelmäßig reflektieren und sich Gedanken über die Richtung des eigenen Lebens machen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten läufst du halt einfach blind auf Blindflug. Dann sagen die Eltern dir, hey, mach doch mal eine Ausbildung, das klingt doch ganz gut, dann machst du das und merkst dann irgendwie am Ende der Ausbildung, ups, ich wollte vielleicht doch lieber studieren oder so. Kannst du dann natürlich immer noch machen, aber hast halt Jahre verbraucht. Muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen macht es Sinn, sich regelmäßig zu überlegen, in welche Richtung dein Leben geht und ob das dann auch die Richtung ist, die du dir vorstellst. Die vorletzte Sache ist, das habe ich hier einmal stehen lassen, weil das auch hier drauf zutrifft, sich regelmäßig Herausforderungen stellen. Weil wenn du dich regelmäßig Herausforderungen stellst, dann lernst du eben, dich selbst zu führen. Du hast da diese Emotionen und diese Widerstände, die dir sagen, nein, stell dich nicht der Herausforderung, mach es nicht. Und dann übernimmst du Verantwortung, führst dich selbst dadurch und natürlich wirst du dadurch auch ein besserer Führer. Und mit Frauen die richtigen Schritte gehen, das heißt ansprechen, daten und so weiter. Das heißt auch dort Verantwortung übernehmen, auch dort führen. Du sprichst die Frauen an, du machst die Dates aus, kümmer dich darum, dass ihr Nummern tauscht, kümmer dich darum, dass ihr euch wiederseht und überlasse es nicht dem Zufall, mach nicht die Dating-Lotterie wie ganz viele Männer, wo sie sagen, ja, ich treffe meine Frau schon irgendwie, wenn es sein soll, wenn das Schicksal es will. Ja, klar, könnte ja passieren, aber übernimm einfach Verantwortung, führe das da einfach in die richtige Richtung. So, das sind die beiden intrinsischen Faktoren. Und jetzt zum Ende des Videos die Frage an dich, wie viel Wert hast du denn aktuell? Ja, und wie möchtest du vielleicht in Zukunft deinen Wert noch steigern? Wenn du noch Fragen zu diesem Konzept Wert hast, schreib sie mir in die Kommentare. Ansonsten war es das von heute, schön, dass du dabei warst. Hier rechts kannst du den Channel abonnieren und da unten kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Die Bewerbungen für nächstes Jahr sind jetzt offen. Die ersten Plätze öffne ich jetzt und kannst dich dort einfach bewerben. Und schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, wie immer. Bis dahin wünsche ich dir ein geiles Restwochenende. Ciao.